Warum bin ich hier? Ein Mensch lebt drei Leben. Das erste endet mit dem Verlust der Naivität. Das zweite mit dem Verlust der Unschuld. Und das dritte mit dem Verlust des Lebens selbst. Es ist unausweichlich, dass wir alle drei Stufen durchschreiten. Du zu deinem älteren Ich wirst und dein älteres Ich zu dem, was du hier vor dir siehst. Ich habe keine Zeit für diese ganze Scheiße hier. Ich muss wieder zurück nach Hause, in meine Zeit. Ich habe gesehen, was passieren wird. Ich habe ihre Gräber gesehen. Du hast noch viel Zeit. Wir haben das Jahr 1921. Mit Vierg Нав Mit Vierg' 50 Bis zum nächsten Mal.